Thomas Gottschalk feiert auch im Alter von 72 Jahren noch große Erfolge. Und das nicht nur auf der Bühne. Zuletzt moderiert die TV-Legende im Herbst 2022 an der Seite von Michel Hunziker eine Neuauflage von Wetten, dass... zur großen Freude der Fans. Und auch privates Glück hält bei dem Moderator Einzug. Im Mai 2019 macht das ZDF-Urgestein seine Beziehung mit Carina Mross öffentlich. Mit innigen Turtel-Auftritten zeigen die beiden immer wieder, dass es keine Altersgrenzen gibt, um verliebt zu sein wie Teenager. Dass die beiden auch optisch perfekt zusammenpassen, zeigen Thomas und Carina bei einem frühlingshaften Spaziergang in Baden-Baden. Für einen kleinen Shopping-Trip strahlt das Paar nämlich nicht nur mit der Sonne um die Wette, sondern begeistert auch im Ton-in-Ton-Partner-Look. Beide tragen lockere Hosen und lange Mäntel in Creme. Sogar Carinas Designer-Handtasche von Louis Vuitton fügt sich perfekt ins modische Bild. Das Einzige, was heraussticht, die knallpinken Schuhe des Moderators. Aber ein bisschen Farbe muss sein. Der stylische, kemmelfarbene Look wäre ohne die auffälligen Treter für Thomas Gottschalks Verhältnisse ja auch etwas zu dezent.